und heute spielen wie ihr hier sehen könnt eine runde asphalt legends ja ich würde sagen wir starten durch das verstanden durch ich meine wir drücken auf spielen so erfolgen daran 518 ich habe 600 irgendwas das ist gut shanghai 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 jahre ist grubig haben wir oder sind wir gerade so ich tue mein bestes dass ich auch wirklich erster werde mit meinen dmw z4 c4 wollte ich gerade sagen aber das ist ja kein ein ding so wir fahren hier schön hoch anjo ja 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 so und noch mal durften arme ja 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 ok aktuell bin ich erster und wir haben das rennen gewonnen ist heute wir haben es gewonnen ich würde mich sehr freuen wenn ihr mal meinen discord server joinen würdet damit ich die 300 member erreiche und abonniert auch gerne meinen kanal und aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst würde mich auch sehr freuen denn zu 95 prozent meine zuschauer habt ihr noch nicht abonniert also tut das gerne kostet euch nix und freut mich genau und freut mich sehr wenn ihr nebenblatt und aktiviert damit ihr keine benachrichtigung mehr verpasst okay machen wir weiter gehen hier ich will mal kurz was gucken wir können gerade wir brauchen neun tausend das haben wir nicht ok reicht wir drücken auf spielen so wir sollen hier auch wieder das rennen gewinnen das ist ja wieder mal sehr kacke aber sollte machbar sein so wiederholen nachrichten auf meinem handy die wünsche ich mal weg so ok 3 sekunden perfekt jetzt habe ich einen roten anscheinend ja voll die geile bescheuert nun ok jetzt ist ja ok tschuldigung den habe ich schön sauber erwischt das ist genau dasselbe autos ich habe gewinnt ok hat jetzt nicht ne Nee, nicht Da kam jetzt nichts zum Symbol Okay Äh, natürlich die Schanze hier Ja, wir sind schon längst wieder über alle Berge Und sind hier jetzt auch im Ziel angegriffen Okay, man muss sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die Hilfe aktiviert worden Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie ahn Deswegen gewinne ich gerade hier irgendwie alles Aber, das kann mir doch egal sein Denn ich will eh nur gewinnen So So Hm, 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 hm Ein Freund Ich merke gerade, ich habe auf dem falschen Skatings geguckt Oh, ein Astron Astron, sage ich schon Das soll auf jeden Fall irgendein Automobil sein Ich habe jetzt keine Ahnung, welchen Ist mir auch ganz egal So, wir können hier mal gucken, was ist denn aktuell Das schnellste Auto, was wir haben Tatsächlich Dieses gelbe hier Warum fahre ich da mit dem roten Hä Das weiß ich auch nicht Aber Ich wäge trotzdem den hier ab Wobei ich ja mit dem unbedingt fahren will Deswegen mache ich immer 6.000 3.000 4.000 Auch kein Geld mehr 1.900 Und hier auch 1.100 und 1.900 Kann ich nicht holen So, jetzt ist der auf 820 Ich gucke mal kurz Na, der ist schneller Aber wir holen trotzdem den Nissan Nismo Beziehungsweise den Nisman Mann Den Nissan 3.70 Z Ich weiß gar nicht, ob ich den fahren kann Nö Hallo, ich will mit dem Hier fahren Wir haben hier nicht verstanden Das Spiel So, hier drücke ich drauf Dann auf weiter Dann auf Ähm Nee Auch Auto geht gar nicht Kann ich denn das Auto nicht wechseln Ey, sag mal Wir sind hier schon wieder lang Das geht so nett Also Damit kann ich auch nicht drauf drücken Ähm Wieso nicht Hm Okay Dann bin ich halt gezwungen Mit diesem Kackdrecks Auto zu fahren Ja Ach, okay Ich hab keine Ahnung, warum das gerade nicht geht Schade Aber So Egal Dann nicht Dann nicht Ja Ich bin ja gerne mal in den Komfortenstein Und wie man das tun will Weil ich jetzt gerne will, dass ich Ähm Dass ich Ähm Mann Ich bin gerade nicht drauf Entschuldigung, Schade Ich komme aber gar nicht durchs Wort Ich komme wieder von der Arbeit Also nicht Eventuell Ein bisschen Das klingt Ich würde es auch Einfach kaputt sind Ja So Wir haben wieder 3000 gemacht Das Freut mich mehr Denn dann können wir Uns neue Dinge kaufen Jo, wir können hier wirklich alles Alles, alles kaufen So Upgrades Die Beschleunigung Nee Achso, das kostet ja alles 9000, ne Gut, dann können wir doch nichts upgraden Aber hier haben wir irgendwas Angepasste Farben Ah Oh, oh, oh Das sieht geil aus Grün Standard Einfach Hab ich das jetzt ausgewählt, dass es grün ist? Ja Karossarieteile Kofferraum Kofferraum Originalbestand Karbon Ja Und Haube Auch Karbon, ne Ja, aber natürlich Ging ein bisschen komisch aus, weil nun das Karbon ist Mal mal was Ob das auch ein Cabrio ist? Ja, kann mir das auch mal Ina sorgen Mann Ich weiß nur nicht, wie man das sagt, ich bin egal Komm, wir fahren jetzt einfach mal Wir fahren jetzt Und da bin ich die Rennzeit 55 Sekunden, also soll ich in 55 Sekunden da sein? Ich beende das Rennen Okay, ich soll einfach nur das Rennen beenden in 55 Sekunden, glaube ich Da brauche ich auch gar keinen Platz sein, so, weil Ah, jetzt habe ich den Cabrio frei Geil Einfach mal kurz Tuning gemacht Ja, 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 ja Wir haben es jetzt schon verkackt in 55 Sekunden Oh, oh Oh, komm, Gummi Geh Gummi Wir haben es geschafft Junge Es war interessant Mit meinem Cabrio jetzt Okay, weiter Nein, ich will mir keine Werbung ansehen Mensch Immer diese Geil So Und wir haben ein Paket Das öffnen wir doch erstmal Das ist Ja Für den Kack-BMW Okay, weiter So, graben wir mal unser Motor ab So Nach können wir auch gerne mal hier Ähm Unsere Verscheinigung anpassen Aber So So Drücken wir erstmal auf Einfluss Und hier Nichts Okay, das ist Zielmissionen Aber brauchen wir nicht So Wir sollten auch spielen Und legen Direkt auch los Und wir sollen Anscheinend auch das Rennen Wieder Gewinnen Mal gucken, ob wir das Hinkriegen So Rennziele Gewinnen Dann starten wir doch mal Mit unserem Cabrio Und Carbon Kofferraum Und Motorhaufe Äh Der Start war nicht so geil Aber sollte Trotzdem Jo Ist der gerade hingeflogen Okay So 19 So Zack 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 Mal 2 Aber wir gewinnen wieder das Wann noch bin ich noch Vorhinein So Ja, wir haben es easy Gewonnen Bam Okay, Leute Wenn euch das Video gefallen hat Habt gerne ein Like Abon Kommentar Schaut aus dem Auf meinen Discord Vorbei Aktiviert die Glocke Damit ihr kein Video verpasst Ähm Ja Denn zu 95% Tut ihr Nicht nur abonnieren Habt einen Traumhaften Tag Und Euer Ciao Ciao